Wir haben also ein Stück, das in den 80er Jahren in England geschrieben wurde, transportiert irgendwo hin Richtung Karibik und wir hoffen, ihr erkennt es trotzdem noch. Wir haben auch ein Stück, das in den 80er Jahren in England geschrieben wurde, wir haben auch ein Stück, das in den 80er Jahren in England geschrieben wurde, das in den 90er Jahren in England geschrieben wurde, Musik 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 the the Vielen Dank.